hallo liebe dämpfer gemeinde zu meinem neuen video heute geht es um die twisted liquid heute nehmen wir den bubble trouble im angriff und das nächste video ist der double man so der bubble trouble geschmack erdbeersahne vanille eiswaffe lassen wir uns überraschen zum einsatz kommt wieder der tauren solo und der mit mtl wie immer wieder habt damit wir da immer authentisch bleiben in diesem sinne freunde wir schalten die kamera um und auf geht's zum liquid check wenn es gleich so meine lieben auf geht's bubble trouble so sieht die packung aus leider steht hier auch wieder nicht drauf was es ist sind wir so ein bisschen schade finde ich dass die packung ist rot deswegen das erdbeer aber wir die letzte folge schon gesehen hat von diesem bubble trouble was auch sehr lecker ist da war der verschluss nicht ordnungsgemäß also hier ist jetzt ein bisschen anders das ordnungsgemäß ist machen wir den ausschauen berechtigen kann man ein bisschen einziehen also wie gesagt subohm wird hier getestet und auch mtl aus dem einfachen grunde bei mir ist es zumindest so manches kann ich sehr gut im mtl dampfen aber im subohm ist das für mich nicht die welt oder eben auch umgekehrt dass ich vieles im subohm sehr gerne mag aber im mtl krieg ich nicht in hals und da ich bin hier wieder auf meine 60 watt bei den tauren solo ist ein sehr guter verdampfer ich benutze ihn als tröpfler und hier we go kalt kalt kräftige erdbeer kräftige sahne kalt wenn viele alles kann ich jetzt nicht so empfinden kalt noch was hinterkommen was Evolution so waffel ähnlich so sein könnte ja aber süßlich süßliche erdbeer sahnig cremig ob es jetzt vanilleeis oder die sahne so harmoniert passt und da kommt noch was hinter so beim ausatmen merkt man das mehr waffel ähnlich er hätte jetzt gestanden donat zwei warten hätte ich auch als donat laufen lassen also irgendwie so und so und so eine beckart aber auch gut ja mtl hier wie gesagt hier kommt der arme zum einsatz damit das immer also dieses jahr werde ich nur die beiden verdampfen weil die beiden sehr sehr gut sind vom geschmack her deswegen werde ich auch immer so die liquid damit testen ich merke sehr gut die erdbeer auch die süße kommen durch von der waffel habe ich jetzt nicht so oder gebäckteig jetzt mal dazu also wenn es eine waffe ist es aber so eine sahnige erdbeer ist das wieder kann man kann man gut im mtl kann man dampfen mild angenehm sag ich mal so sanft eine sanfte erdbeer nicht so so richtig so herb sondern schön sanft kann man so der knussmann bin begeistert bin begeistert in mtl begeistert im super auch wobei mir so boom wo sie ganz klar sagen noch besser weil da habe ich auch eben noch die waffel zum zum abschluss so gemerkt gefühlt mir noch besser ja und auch süß darüber also tolles liquid ich bin begeistert freunde in diesem sinne auf zum nächsten machen wir gleich das nächste video mit fertig ich bereite wieder alles vor und in der zeit wo es hoch schießt ist es dann da bis gleich viel spaß noch